Hallo Leute, heute gibt es mal keinen Test zu einem Smartphone, sondern zu Zubehör, genauer den OneMore Comfort Buds Pro. Hierbei handelt es sich um relativ verschwingliche In-Ear-TWS-Kopfhörer mitsamt aktivem Noise Cancelling. Die OneMore Comfort Buds Pro gibt es in Deutschland bei Amazon, wo die UVP bei knapp 95 Euro liegt. Meistens gibt es allerdings einen Rabatt, sodass die Kopfhörer effektiv nur 85 Euro kosten. Was die OneMore Comfort Buds Pro für diesen Preis leisten und was ihr von der ANC-Funktion erwarten könnt, klären wir jetzt. Die OneMore Comfort Buds Pro werden in einer ansprechend gestalteten Verpackung geliefert. Diese trägt eine Abbildung der Kopfhörer, das OneMore Logo sowie die Produktbezeichnung auf der Front. Seitlich und auf der Rückseite findet man weitere Eckdaten zum Produkt sowie Angaben zum Hersteller sowie den Zertifizierungen. Die Box schließt magnetisch, was schon mal für einen wertigen ersten Eindruck sorgt. Zum Lieferumfang gehört das Ladecase mit den Kopfhörern darin, ein USB-C-Kabel zum Aufladen, Aufsätze in verschiedenen Größen, eine Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte, ein OneMore Aufkleber und eine Stofftasche für zusätzlichen Schutz beim Transport. Das Ladecase ist weiß gefärbt und hat ein mattes, samtiges Finish. Die Formgebung ist recht interessant und kommt ohne Kanten aus, womit das Case etwas wirkt wie ein vom Wasser glatt geschliffener Kieselstein. Das Ganze wirkt definitiv ansprechend und ist auch einwandfrei verarbeitet. Die Abmessungen des Case betragen 7,89 x 3,37 x 2,99 cm bei einem Gewicht von 52 Gramm, wobei es sich angenehm in der Jacken- oder Hemdtasche transportieren lässt. Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein silbernes Element, wohinter sich das Scharnier verbirgt und auch der USB-Anschluss ist hier untergebracht. Vorne findet sich eine kleine Status-LED, welche den Lade- und Betriebszustand signalisiert. Der Deckel vom Case lässt sich einfach aufklappen und wird magnetisch geschlossen gehalten. Im Inneren findet man dann die eigentlichen Kopfhörer, welche horizontal im Case untergebracht sind. Das Öffnen des Deckels aktiviert die OneMoreComforBuds Pro automatisch. Der kleine Button innerhalb des Cases aktiviert bei längerem Drücken den Pairing-Modus. Im Pairing-Modus lassen sich die Kopfhörer dann mit einem anderen Gerät finden und man kann sich zu ihnen verbinden. Zur Verbindung wird Bluetooth 5.0 genutzt und der Empfang ist wirklich sehr gut. Die OneMoreComforBuds Pro unterstützen die Protokolle HFP, A2DP und AVRCP sowie die Codex SBC und AAC. Beim Öffnen des Cases versuchen sich die Kopfhörer automatisch wieder zum zuletzt genutzten Gerät zu verbinden. Um die Kopfhörer aus dem Case zu entnehmen, drückt man das Ende im Case herunter, der Ohrstöpsel hebt sich dann an und man kann ihn so herausnehmen. Das ist zwar eine interessante Lösung, jedoch auch etwas fummelig, dass sich der Kopfhörer nur leicht anhebt und somit ist es nicht immer ganz leicht, die Kopfhörer richtig zu greifen. Um die Kopfhörer zurückzulegen, reicht es sie einfach in die Vertiefung fallen zu lassen. Durch die Magneten schnappen sie dann automatisch zurück an ihren Platz und werden dann direkt wieder aufgeladen. Vom Design her sind die OneMoreComforBuds Pro schlicht aber elegant gestaltet. Auch hier hat man sich für ein weißes, mattsamtiges Finish entschieden. Die Form kommt ohne jegliche Kanten aus. Die Kopfhörer sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und können so auch bei Regen genutzt werden, wobei allerdings das aktive Noise Cancelling leiden kann, wenn sich Wasser im Mikrofon angesammelt hat. Die Öffnungen sind als kleines optisches Highlight mit einem roten Schutzgitter versehen, wodurch das Design etwas aufgepeppt wird. Zum Ende hin laufen die Kopfhörer spitz zu, wodurch sie selbst dann noch bequem zu tragen sind, wenn man mit dem Ohr auf einem Kissen aufliegt. In der Spitze befinden sich LEDs, welche den Betriebszustand signalisieren. Sind die Kopfhörer verbunden und werden getragen, deaktivieren sich diese LEDs. Ebenfalls in den Spitzen befindet sich die Öffnung für die Mikrofone, wobei jeder Kopfhörer sein eigenes Mikrofon hat. Mit einem Gewicht von 6 Gramm sind die Kopfhörer sehr leicht und fallen damit beim Tragen kaum auf. Allgemein empfinde ich den Tragekomfort als sehr gut. Hat man sich einmal an das Gefühl im Ohr gewöhnt, nimmt man die OneMoreComforBuds Pro überhaupt nicht mehr wahr und auch bei längerer Tragedauer über mehrere Stunden hinweg gibt es kein unangenehmes Drücken, Pieksen oder Jucken. Positiv finde ich auch, dass die Kopfhörer sehr sicher im Ohr sitzen, sofern man den richtigen Aufsatz gewählt hat. Damit eignen sie sich auch für den Sport. Ich hatte sie zum Beispiel ein paar Mal beim Radfahren dabei und sie haben sich dabei wirklich nie gelockert. Standardmäßig starten die Kopfhörer mit deaktiviertem ANC. Aktivieren kann man ANC, indem man die Finger eine Weile an die Seite eines Kopfhörers hält. Hält man den Finger dann erneut an die Seite, wechseln die OneMoreComforBuds Pro in den Pass-Through-Modus. Es gibt noch weitere Modi, doch für diese benötigt man die OneMoreMusic-App. Mit dieser kann man dann ANC in einer niedrigeren Stufe nutzen und eine Unterdrückung von Windgeräuschen aktivieren. In den Einstellungen kann man auch die Modi, welche standardmäßig ohne App verfügbar sind, mit Modi aus der App ersetzen. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, alle Modi auf einmal ohne die App verfügbar zu machen. Abseits davon unterstützen die OneMoreComforBuds Pro noch Tippbefehle. Tippt man doppelt an die Seite, wird die Wiedergabe pausiert oder fortgesetzt. Dasselbe erreicht man auch durch herausnehmen der Kopfhörer aus dem Ohr, da diese einen Infrarotsensor integriert haben, welcher dann erkennt, ob man die Kopfhörer gerade trägt oder eben nicht. Tippt man dreimal auf die Seite, aktiviert sich der Sprachassistent des Quellgerätes, also entweder der Google Assistant oder eben Siri, wenn man ein Apple-Gerät nutzt. Mit der OneMoreMusic-App kann man diese Tippbefehle auch mit anderen Aktionen ersetzen und dann zum Beispiel einen Titel überspringen oder die Lautstärke verändern. Die Möglichkeit, all diese Funktionen gleichzeitig zum Beispiel durch weitere Touchbefehle zugänglich zu machen, gibt es allerdings nicht. Was den Klang angeht, bin ich von den OneMoreComforBuds Pro sehr angetan. Bei deaktiviertem ANC liefern die Kopfhörer ein sehr ausgewogenes Klangbild, wobei Tiefen, Mitten und Höhen gleichermaßen präsent sind, womit sich einfach ein sehr schöner abgerundeter Klang ergibt und die Kopfhörer tatsächlich in allen erdenklichen Genres sehr gut performen und das auch über die gesamte Lautstärkeskala hinweg. Die Elektronik scheint ebenfalls von sehr guter Qualität zu sein, denn ein Rauschen oder Fiepen lässt sich nicht feststellen. Das aktive Noise-Canceling funktioniert für die Preisklasse erstaunlich gut. Spielt man gerade nichts ab und trägt die Kopfhörer einfach nur mit aktiviertem ANC, merkt man schon sehr deutlich, wie die Umgebungsgeräusche massiv reduziert werden. Vor allem Geräusche im tieferen und mittleren Frequenzbereich sind dann kaum noch wahrnehmbar. Spielt man dann Musik ab, verschwinden die Umgebungsgeräusche komplett. Nicht mal ein relativ lauter Fernseher neben einem stört dann noch, selbst wenn man die Lautstärke der Musik nicht sehr weit aufgedreht hat. Wechselt man zwischen ANC High und ANC Off hin und her, merkt man den Unterschied mit und ohne ANC extrem deutlich. Erfreulicherweise hat das ANC auch keine Auswirkungen auf die Tonqualität an sich, lediglich das Klangbild verändert sich minimal. Tiefen kommen etwas stärker rüber und Höhen verlieren etwas an Klarheit. Das sind aber nur Nuancen, welche vor allem Nutzern, die auf viel Bass stehen, wahrscheinlich sogar besser gefallen werden. Der Pass-Through-Modus ist genau das Gegenteil vom ANC-Modus und mixt Umgebungsgeräusche in den Ton ein, sodass man trotz Kopfhörer seine Umgebung noch wahrnehmen kann, was zum Beispiel beim Radfahren praktisch ist. Das funktioniert prinzipiell auch sehr gut, wobei das aber nur für relativ niedrige Lautstärke gilt. Dreht man die Musik lauter auf, gehen die Umgebungsgeräusche irgendwie unter, da deren Lautstärke, warum auch immer nicht mit angehoben wird. Beim Telefonieren hat mich die Qualität der OneMore Comfort Buds Pro sehr positiv überrascht. Den Gesprächspartner verstehe ich sehr gut und umgekehrt sieht es auch in lauter Umgebung nicht anders aus. Bleiben dann noch ein paar Worte zur Akkulaufzeit zu verlieren. Hier verspricht OneMore relativ viel, denn die Kopfhörer sollen eine Laufzeit von 8 Stunden ohne ANC oder 6 Stunden mit ANC bieten, was angesichts der Größe schon beachtlich ist. Umso überraschter bin ich, dass die Angabe auch tatsächlich eingehalten wird. Im Alltag habe ich, je nach Lautstärke, mal etwas mehr, mal etwas weniger Laufzeit erreichen können. Mit einem vollen Ladecase kam ich auf Gesamtlaufzeiten, die meistens im Bereich von 23 Stunden lagen. Es dauert ca. eine Stunde, um die Kopfhörer voll aufzuladen. 30 Minuten nachladen reicht aber schon, um wieder einige Stunden Musik hören zu können. Was das Case leider nicht unterstützt, ist drahtloses aufladen, was z.B. in Verbindung mit Reverse Wireless Charging, was einige Smartphones mittlerweile bieten, praktisch gewesen wäre. Und damit komme ich zum Fazit. Die OneMore Comfort Buds Pro sind sicherlich keine extrem günstigen Kopfhörer, aber auch nicht extrem teuer. Preislich siedeln sie sich in der Mittelklasse an und dafür bekommt man hier ein erstaunlich gutes Produkt geboten, was im Alltag eine grundsolide Leistung abliefert. Das ansprechende Design, der hohe Tragekomfort sowie das wirklich gute Klangbild sprechen bereits für sich. Abgerundet wird das Ganze dann noch durch ein wirklich brauchbares Active Noise Cancelling und eine super Akkulaufzeit. Insofern bekommt man hier ein wirklich rundes Gesamtpaket zu einem wirklich fairen Preis geboten, weshalb es von mir für die OneMore Comfort Buds Pro auch eine klare Kaufempfehlung gibt. Und damit sind wir am Ende der Review angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Video.